So weiter geht's, äh, haben mir die Talente kurz angeguckt, ist jetzt nicht so atemberaubend, finde ich, dass es so late game sein soll. Vielleicht sind die Fähigkeiten auch alle voll OP und ich bin da, ja ich weiß nicht, fehlinformiert. Aber was ich so gelesen hab, ne, gefällt mir gar nicht. Werde man nicht benutzen. So. Hier ist doch was. Hier wird was angezeigt, aber da ist nix. Ja, ja, schön. Ja, schön. Ja, schön. Ja, schön. Ja, schön. Hey, du bist okay? Wir sind zurück. Äh, hab die Fähigkeiten ein bisschen getestet von der Königin, Königin Schlechter. Ähm. Gefällt mir nicht so gut. Ich werde doch hier bei dem Zeug bleiben, das ich schon kenne. Ich weiß jetzt nicht, ob ich der, äh, gerade in die richtige Richtung laufe. Ich bin zu weit drinnen. Hey, hey, hey. Ach, du bist auch schon da Ist ja gut Wir haben auf jeden Fall in der Vergangenheit gesehen Dass wir die Königin Geschlachtet, wollte ich sagen Wir die Königin getötet haben Und dass wir daraufhin Infiziert waren mit dem Königinblut Und der Jäger, also Jack Uns daraufhin auch getötet hat Was auch immer das für uns bedeutet Wahrscheinlich ist ein Teil der Königin immer noch In uns Und wir werden wahrscheinlich am Ende gegen uns selbst kämpfen müssen Das ist meine Vermutung Oder Io ist die Königin Und die wurde zusammen mit uns wiedergeboren Darum fühlt sie sich wahrscheinlich auch so verbunden mit uns Ha Gucken wir ja gar nicht rüber, ne? Ich glaube, ich laufe im Kreis, oder? Ah Interessant Königin Stahl Königin Stahl Schlüssel Ach ja, den zweiten Schlüssel haben wir gar nicht benutzt in der Vergangenheit Das wäre bestimmt wichtig gewesen Richtig gutes Zeug Jedenfalls haben wir jetzt den Schlüssel Aber ich weiß noch nicht, wo der passt Ja, da sollten wir nicht runterhüpfen Vielleicht besser auch nicht Jetzt kommt blaue Laternen Gelbe Laternen Grüne Laternen Richtig und sicher, hm? Richtiger Schlüssel Aha Jetzt sind die schon abgesperrt, die Dinge Also die Teleportierei von denen ist echt stark Ich bin so froh, dass man die Minimap hat Mit den Schritten, wo man schon war Jetzt würde ich hier ins Gebiet 5 ablaufen Mach ich das so schon Ja, komm Wie soll ich da hinkommen? Hallo Echt? Wie soll man da hinkommen? Gibt's jetzt einen Schalter, damit man das runterlassen kann, oder? Gibt's jetzt einen Schalter, damit man das runterlassen kann, oder? Ist hier der Stahl Ich brauche einen Schlüssel Einen prächtigen Hier waren wir schon Aber hier noch nicht Wow Ja, schrei du Schrei du nur Achter, jetzt übertreiben die aber Stirb Da komm, 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 hoch Machst du da unten Äh Ja Vielleicht Hier Aber hier war ich noch nicht Wieso? Hier gibt's ja auch nix Warum sollte hier ein Gegner sein? Ich kriege mal eine Karte Ah, ne Diesel Äh, Diesel Ne Mistel Wir kommen voran Wir kommen voran Wir kommen voran Das ist für ein Shortcut Hier ist ein Hebel Minderwertiger Schlüssel Okay Oder auch den prächtigen Schlüssel verwenden Oder Erstmal finden Königin Eisen Hey Was soll das? Minderwertiger Kram Buff 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 Liegt was Komm Ja Ah, ist Super Es fügt sich zusammen. Aha. Aha, ja. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Haha. Oh, hier drin waren wir schon. Auf der anderen Seite. Oh, prächtiger Schlüssel. Nice. So, wo brauchten wir den jetzt? Ja, lass mich überlegen. Nee, da lang. Dann rechts, dann geradeaus. Okay. Hold on. I'm on my way. Wo kommt der Yakumo? Wo bleibst du? Ich sag's für die ganze Zeit. So, ich jetzt rauf oder? Es ist verwirrend. Ja, rauf. Und dann? Eigentlich da lang, ne? Ach, ne, jetzt bin ich wieder falsch, oder? Sehr verwirrend, sehr verwirrend. Mal einen Stufenaufstieg, wie das geht. Jawohl. Wir müssen jetzt in diese Richtung. Hier kommen wir her. Dann müssen wir in diese Richtung. Dann mit der Leiter hoch. Das ist die gleiche Falle wie vorhin, oder? Das ist ein Labyrinth. Verflucht. Mein Gott, mein Gott. Ist das langweilig, hier rumzulaufen. Immer den falschen Weg zu gehen. Was ist das hier für die Tür? Das ist nicht wegzulaufen, oder? Ich kann später zurück. Das ist nicht wegzulaufen. Aha. For Shore. Warum kann man nicht einfach einen geraden Weg zum Boss bauen? Das ist nicht wegzulaufen. Ja, da waren wir schon, da waren wir schon, da waren wir schon, da waren wir schon. Hier entlang, hm? Hihihihihihihi. Ich war konzentriert. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Ja, ich werde euch das ersparen, glaube ich, weil das ist jetzt hier wieder so ein Blödsinn. Hier die Rumlauferei die ganze Zeit. Wir sehen uns dann, ich habe auch keinen Bock mehr jetzt zu kommentieren. Wir sehen uns dann am nächsten Schauplatz, was auch immer. So, weiter geht's, da wo der Schlüssel hin muss. Ich habe das jetzt ewig gesucht hier. Prächtiger Schlüssel verwendet. Was verbirgt sich hinter Tor Nummer drei? Nichts. Wieder mal. Hier war ich doch auch schon, oder? Ja, klar war ich hier schon. Ei, ei, ei. Ne. Hier war ich noch nicht. Oh, Gott sei Dank. Ja, da geht's weiter. Schön, 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 schön. So, weiter geht's. Ah, der Bossraum, endlich. Eu? Nee. Nee. Nein. Es ist jemand anderes. Erinnerung ist das, was mit einer selbst verbunden ist. Wenn du die Fragmenten des Blut-Code gesammelt hast, kannst du sie zusammen mit dem Erinnerung mit Erinnerung. Bitte. Ich bitte dich. Ich versuche dich. Und das war es auch schon wieder von diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast oder lass mir ein Like da. Oder schau dir auch gerne eins der vorgeschlagenen Videos an und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme.